Aber jetzt mal unter uns, wenn ich meine Schauspielschule angenommen werde. Ja, stellen wir uns das mal vor. Gesetzesviertes Falles. Ja, Gesetzesviertes Falles, ich werde angenommen. Und ich bin da in einer Ausbildung. Ich habe natürlich kein Geld mehr zu essen, aber ich lasse das alles weg. Oh nein! Ich habe da keinen Fall. Ich habe einen guten Kopf. Ich sage wohl auch nicht die Antworten. Also, ich sage es Ihnen, Herr Melcher. Machen Sie doch mal Urlaub, Herr Melcher. Wissen Sie, ich nehme im Urlaub immer zu. Ja, wie gesehen, Sie haben die ganze Welt geleistet. Ja, wie gesehen, Sie waren einfach an den Falschen. Auf. Jetzt spielen Sie mal, Herr Melcher. Dafür werden Sie schließlich bezahlt. Ich erkläre Ihnen das mal. Bitte. 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 Ich fliege zum Abnehmen nach Nigeria. Oh, 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 oh. Und der Tag ist auch schon mal. Es zahlt die Krankenkasse jedes Jahr. Abnehmen in Nigeria. Ich fliege auch gerne in den Liban an. Die Krankenkasse. Ich fliege zum Abnehmen. Und der Tag ist auch schon mal. Ich fliege zum Abnehmen. Ich fliege zum Abnehmen. Ich fliege zum Abnehmen. Und der Tag ist auch schon mal. Ich fliege zum Abnehmen. Ich fliege zum Abnehmen. Ich fliege zum Abnehmen. Und dafür muss man nicht mal sein. Gibt's in der dritten Welt, da schon die zweite Haus? Neu-Rotisch sein kann das Ganze ja tun Nicht nur in Afrika Legende Warte noch was unterwegs Na, so braucht man schon nen weichen Keks Langeweile hat nen hohen Preis Faltenlos ein sexy Kreis Ist eine Regung im Gesicht verblieben Hat ein Rund und Grinsen sie vertrieben Nimmt das Bär mir ein zu hoher Preis Seh ich dann aus wie Kombo-Lisa-Rise Reiß Danke, 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 danke Jetzt machen wir mal weiter Das ist ne Schauspielerkrankheit, die bleiben irgendwann einfach eng Besser KÖNTER KÖNTER KÖNTER